Ja, guten Tag, liebe ABG-Info-Fans und Faninnen. Ja, heute sind wir wieder da für euch mit ABG-Info on Air, der Podcast-Sendung für Altenburg und dem Altenburger Land. Ja, und wir haben mittlerweile die zwölfte Sendung heute. Was gibt es zu berichten in der letzten Woche? Ja, es sind Ferien und da ist auch nicht viel los. Natürlich haben wir wieder einige interessante Informationen für euch da. Ja, und irgendwie kommt mir die Zeit gerade vor wie Herbst, Regen, Wind, kühle Luft. Eigentlich ist ja gerade Sommer, ne? Da gab es doch mal früher so ein schönes Lied. Wann ist mal wieder richtig Sommer? Was gibt es denn noch zu berichten? Wir von ABG-Info haben uns entschlossen, zusammen mit dem Bürgerforum Altenburger Land und dem Deutschen Zivilschutz e.V. sowie Altenburg Online eine neue Informationskampagne oder ein Angebot zu starten. Und zwar, dies richtet sich an Menschen, die etwas zu erzählen haben. Die Erfahrung sammeln mussten mit Dingen, die gerade so passieren, wie mit den Einwanderern und politischer oder behördlicher Willkür. Diese Aktion wird sich dann nennen Mut haben, Meldung machen. Ja, nicht alles, was ihr meldet, wird auch veröffentlicht. Deswegen habt den Mut, tut uns das dann schicken. Nähere Infos gibt es ja dann in einer der nächsten Sendungen. Und wir werden das dann veröffentlichen, natürlich anonym. Und wie ihr bei Facebook miterleben könnt, das Maßmenschen aus Berlin hat mal wieder zugeschlagen mit Stasikahane und Co. Ja, und da wird halt zensiert, was das Zeug hält. Mal schauen, wie es mit ehrlichen und wahren Journalismus hier weitergeht. Wir sind auf jeden Fall für euch da und wir berichten ehrlich und wahr. Jetzt mal ein kleiner Tipp an Rante. Ja, heute findet das Bürgerfest statt. Und zwar hat das den Grund, die Hauptfassade des Altenburger Schlosses wird instant gesetzt und saniert. Und ihr habt es sicherlich schon gesehen, da steht ein Riesengerüst. 1700 Quadratmeter Fläche hat dieses Teil. Ja, und um 16 Uhr wird dann dieses Fest eröffnet durch den Oberbürgermeister Michael Wolff. Ihr könnt dann das Gerüst erklimmen. Ab 15.30 Uhr gibt es dann die Zugangskarten für die kostenlosen Führungen. Die sind dann ab 16 Uhr jede halbe Stunde. Können maximal 10 Personen teilnehmen. Geht bis 20 Uhr das Ganze. Ja, lasst euch überraschen. Ich hoffe, das Wetter ist gut. Dann wird man mich dort sicherlich auch sehen. Ja, was ist am Wochenende noch so geplant? Und zwar am Sonntag ist die Thüringen-Rundfahrt der Frauen und das Jedermann-Rennen angesagt. Nähere Informationen dazu erhaltet ihr dann in der Sendung. Ja, und am Sonntag ist die Thüringen-Rundfahrt der Frauen und das Jedermann-Rennen angesagt. Nähere Informationen erhaltet ihr in der Sendung hier. Wie gesagt, wir haben zwar jetzt ein Sommerloch, aber ihr müsst keine Angst haben. Interessante Neuigkeiten und Informationen findet ihr jeden Tag auf www.abg-info.de und ich werde euch hier auch noch ein bisschen was erzählen. Nun gut, schauen wir mal, was uns heute erwartet an. Pressemeldungen, Veranstaltungstipps und wichtigen Informationen, die wir für euch zusammengesucht haben. Ja, nun viel Spaß beim Hören der aktuellen Sendung für die Woche vom 11. bis 17.7. Ihr seid bei abg-info.onair, der Podcast-Sendung. Ja, und da bin ich wieder nach unserem wunderschönen Intro. Wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, Dieses ist von Trends in Dark. Das volle Lied, ja, werdet ihr in einer der nächsten Sendungen sicherlich mal hören. Es wird auch geplant, eventuell ein Video dazu zu machen. Lassen wir uns mal überraschen. Gut, legen wir los mit der Hauptmeldung. Und zwar, zur diesjährigen Rundfahrt-Etappe rund um Altenburg am Sonntag, also morgen, werden im Rahmen der Veranstaltung zahlreiche Straßen in und um Altenburg gesperrt werden. Bereits in der Zeit von 11. bis 13. Uhr wird an diesem Tag das Jedermann-Rennen erstmals in Altenburg stattfinden. Die Rennstrecke verläuft über den Markt, Georg-Altenburg-Straße, Johannesgrab, Schmölnsche-Vorstadt, Schmölnsche-Landstraße, Mockern, Burgersdorf, Jauern, Göltschen, Schwanditz, Romschütz, Gören, zurück nach Altenburg über die Gera-Straße, Buschkin-Straße beim Goldenen Flug, Lindenau-Straße, Dr. Külz-Straße, Dostoyevski-Straße, Pauritzer-Straße, Brühl-Burg-Straße hinter der Waage und wieder zum Markt. Dieses Rennen wird dann unter Vollsperrung des Verkehrs ausgetragen. Das heißt, dass ein Passieren der gerade genannten Straßen zu diesem Zeitpunkt nicht möglich sein wird. Ja, und ab 14 Uhr starten dann die Damen zu ihrer Rundfahrt, ebenfalls vom Marktplatz. Gefahren wird hier eine ganz große Runde und zwar beginnend am Markt weiter über die Altenburg-Straße, Johannesgraben, Schmölnsche-Vorstadt, Schmölnsche-Landstraße, Mockern über die B93 in Richtung Merane. Hier verlassen dann die Fahrerinnen Thüringen, um dann über die B180 Obra-Vira wieder nach Thüringen zurückzukehren. Weiter verläuft die Strecke dann über die B180 Ernhain-Garbos-Niederleupten-Nobels-Münza nach Altenburg. In Altenburg dann wieder Münzaer-Straße, Hausweg-Parkstraße, Leipziger-Straße, Gabelenz-Straße, Pauritzer-Platz, Luxemburg-Straße, Theaterplatz-Burg-Straße, hinter der Waage und dann auf dem Markt. Im Anschluss an diese große Runde wird es dann noch drei kleinere Runden geben. Diese Strecke verläuft, so wie bereits erwähnt, beim Jedermann-Rennen. Die Rundfahrt der Frauen wird durch die Rundfahrtpolizei begleitet, so dass es jeweils bei der Durchfahrt der Fahrerinnen zu kurzzeitigen Sperrungen kommen wird und geplant ist die Veranstaltungszeit von 14 bis 17 Uhr. Ja, und wir weisen nochmal darauf hin, es wird entlang der Rennstrecken zu Halteverbotszonen kommen. Ja, und das war jetzt die Mitteilung für die Sperrungen und den Straßenverlauf. Die Radfahrerinnen sind übrigens nach zweijähriger Pause wieder hier. Das ist die dritte Etappe der 29. Internationalen Thüringer Rundfahrt der Frauen. Auf dem Markt gibt es eine Sprintwertung und es gibt auch Bergwertungen. Ja, neben dem Radsport wird es ein unterhaltsames Rahmenprogramm in der Innenstadt Altenburgs geben. In der Moritzstraße kann man Seacways testen und das kostenlos. Wir berichteten darüber. Darüber hinaus werden zahlreiche Unterstützer der Rundfahrt mit ihren Ständen vertreten sein. Wie bereits vorhin genannt, ab 11 Uhr beginnt dann das Jedermanns Einzelzeitfahren. Alle 30 Sekunden starten dann maximal 120 Hobby- und Freizeitsportler. Die Strecke wird dann 23,5 Kilometer lang sein. So, und es gibt auch wieder ein Ergometer-Wettbewerb. Der nennt sich Rundfahrtstätte aktiv. Und hier gilt es, möglichst viele Kilometer zu erradeln. Der erste Platz wird mit 500 Euro, der zweite Platz mit 350 Euro und der dritte Platz mit 250 Euro dotiert. Ja, und übrigens ist die Thüringer Rundfahrt der Frauen das letzte große Aufeinandertreffen der Frauen-Radsport-Elite, ja, bevor es zu den Olympischen Spielen nach Rio de Janeiro geht. Ja, und Altenburg wird ein Rekordstarter-Rennenfeld erwartet. Und unter den Rennerinnen ist nicht nur die dreifache Gesamtsiegerin Emma Johansen aus Schweden, sondern auch Olympiasiegerin Marianne Voss aus dem Niederlanden zu finden. Ja, und das wird wiederum ein sportliches Highlight dieses Jahres nach dem Skatstadt-Marathon. Wir wünschen euch jetzt schon mal viel Spaß. Und die nächste Meldung, wie soll es anders sein, handelt mal wieder um unsere Einwanderer. Und zwar unter dem Motto Flüchtling als Fachkräfte von morgen haben wir hier eine Pressemeldung bekommen. Während das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach wie vor Asylanträge bearbeitet, stellen sich die Agentur für Arbeit Altenburg-Gerra der Vermittlung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Die aktuellen Zahlen zeigen einen stetigen Anstieg arbeitsloser Ausländer. Ja, wie soll es auch anders sein, ne? So hat sich die Anzahl von 562 im Vorjahr auf 724 ausländische Arbeitslose im Juni 2016 um knapp 30% erhöht. Gleichzeitig stieg aber auch der Anteil der beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer um 28% gegenüber dem Vorjahr an. So waren zum Stichtag 2670 Beschäftigte in einem Arbeitsverhältnis. Insbesondere die Jobcenter verzeichnen ein erhöhtes Aufkommen arbeitsloser Flüchtlinge, da nach der positiven Entscheidung über die Asylanträge die Zuständigkeit bei den Jobcentern liegt. Ich meine, was gibt es bei Albanern, den Maghreb-Staaten wie Marokko positiv zu entscheiden? Dort ist kein Krieg, also sind es keine Flüchtlinge. Und bei dem anderen muss man halt sehen, die sind über sichere Drittstaaten gekommen, aber dazu später mehr. Ja, die Agentur für Arbeit Albuquerra hat im Vorfeld erste Schritte unternommen, was zum Beispiel die Feststellung der Kompetenzen und Qualifikationen angeht oder auch die Empfehlungen für den beruflichen Werdegang anbelangt. Dennoch ist nun die große Herausforderung, diese meist nicht formalen Qualifikationen im deutschen System der beruflichen Bildung zu verorten. Ich meine, man sollte erst mal den deutschen Mitmenschen, Bürgern die Chance geben, einen ordentlichen Arbeitsplatz zu finden, der auch ordentlich bezahlt wird. Ja, und da geht es der Wirtschaft aber wieder nur darum zu sparen, ja. Aber sind wir doch mal ehrlich, Arbeitszeit ist Lebenszeit und Lebenszeit gibt es nur einmal. Also ist eigentlich der Mindestlohn für 8,50 schon mal Humbug. Eigentlich müssten es 30 Euro sein. So frech bin ich jetzt mal, das so zu sagen. Ja, weiter geht's. Motivierte Flüchtlinge sind eine Chance für die Unternehmen in der Region. Sprachbarrieren und Qualifikationsunterschiede dürfen einer beruflichen Integration nicht entgegenstehen. Im Idealfall nutzen Unternehmen die beruflichen Erfahrungen aus anderen Ländern. Ja, wie gesagt, schon die Überschrift Flüchtlinge als Fachkräfte von morgen hat uns abgeschreckt, weil das Wort Flüchtlinge und Arbeit, hä? Ja, Flucht bedeutet eigentlich, dass die Menschen wieder in ihr Land gehen, nachdem der Krieg vorbei ist. Eine Integration von sogenannten Flüchtlingen darf und kann es somit nicht geben, da kein Bleiberecht vorhanden ist. Ja, und ob es sich nun wirklich um Flüchtlinge handelt, wurde schon in anderen Medien genug diskutiert und ihr habt sicherlich auch eure eigene Meinung dazu. Wir glauben, es gibt keinen Fachkräftemangel. Dies wird nur vorgeschoben. Es gibt genug deutsche Jugendliche, die Fachkräfte werden können oder könnten. Wenn dann auch mal endlich das Bildungssystem ordentlich abgeändert wird. Deutschland, ach was heißt Deutschland, Mitteldeutschland eher. Also die ehemalige DDR hatten wirklich ein vorbildliches Bildungssystem, was aber die kleinkarierten Kapitalisten und Bücklinge der Finanzmafia kaputt gemacht haben, um eine starke deutsche Wirtschaft und natürlich gut ausgebildete deutsche Menschen zu verhindern. Ja, nun gut, zum Glück gibt es noch vernünftige Menschen hier, die nachdenken und sich langsam organisieren. Ja, das soll es erstmal soweit von dieser Meldung sein. Wir haben jetzt noch zwei positivere Meldungen aus Altenburg und zwar Es stehen Gelder für die Modernisierung des Karolinums in Aussicht. Ein wichtiges Schreiben des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft ging in diesen Tagen im Altenburger Rathaus ein. Darin wird mitgeteilt, dass das ehrgeizige Vorhaben, das Gebäude der Grundschule Karolinum mit Millionenaufwand zu sanieren, mit einem positiven Ergebnis geprüft wurde und die Stadt in Kürze zur Abgabe eines entsprechenden Zuwendungsantrags aufgefordert werden wird. Damit ist die Bewilligung von Fördermitteln aus dem Schulinvestitionsprogramm des Freistaats in greifbare Nähe gerückt. Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf geht nun fest davon aus, dass das aufwendige Modernisierungsvorhaben umgesetzt werden kann. Gelingt es die angemeldeten Maßnahmen durchzuführen und abzuschließen, wird das Karolinum eine Grundschule ohne Investitionsbedarf sein. Geplant ist unter anderem die Instandsetzung der Fassaden, die Modernisierung der Turnhalle samt Nebenräumen, Investitionen in Brandschutz und technischen Anlagen, sowie die Herstellung der Barrierefreiheit unter anderem durch den Anbau eines Personenaufzugs. Die skizzierten Arbeiten sollen in den kommenden beiden Jahren, also 2017-2018, geleistet werden. Voraussetzung ist, dass die finanzielle Unterstützung im Rahmen der Schulbauförderung erfolgt, denn die Kosten summieren sich laut aktueller Schätzung auf rund 3.450.000 Euro. Die geplante Zuwendung beläuft sich auf ca. 2.170.000 Euro. Mehr Informationen dazu in der Pressemeldung. Den Link findet ihr dann in den Shownotizen unter www.abg-info.de Ja, und viele Bewohner einer Marstallstraße oder anhängenden Gebieten werden sich freuen. Der letzte Abschnitt wird asphaltiert. Die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Marstallstraße ist nun abgeschlossen. Damit ist der Weg für die Asphaltierung des noch unsanierten Abschnitts bis zum Theaterplatz frei. In der kommenden Woche starten die Arbeiten am Montag, den 18. Juli, die gemäß Zeitplan bis zum 19. August dauern werden. Zunächst wird das holprige Pflaster ausgebaut. Die Arbeiten beginnen am Theaterplatz, sodass die Zufahrt zur Post zunächst über den oberen Teil der Marstallstraße, also vom Kreisverkehr kommend, erfolgen kann. Voraussichtlich ab Montag, dem 1. August, muss der Verkehr zur Post dann über die Frauengasse umgeleitet werden, denn dann wird der Bereich mit der Einfahrt zum Keplerplatz asphaltiert. Weil es sich aber bei der Frauengasse bekanntlich um eine enge Straße handelt, wird die Umleitung über die Frauenfeldstraße per Ampelregelung erfolgen. Während der Bauzeit müssen Autofahrer, die zur Post wollen, zwar wie dargelegt Umleitungen nutzen, die etwas Zeitverlust mit sich bringen. Dafür rollt der Verkehr aber nach Abschluss der Bauarbeiten über glatten Asphalt. Die Kosten für die Baumaßnahmen summieren sich voraussichtlich auf 39.000 Euro. Ja, soweit nun Nachrichten aus Altenburg. Jetzt kommen wir mal noch zu Verkehrsmeldungen für die kommende Woche. Und zwar ist ab Montag die Bahnhofstraße vollgesperrt. Wegen Neuverlegung einer Gasleitung kommt es in der Zeit vom 18. Juli bis voraussichtlich zum 22. Juli zur Vollsperrung der Bahnhofstraße in Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 4. Auch in Lenitzsch gibt es eine Vollsperrung und zwar in der Melchior-Bauergasse. Aufgrund eines Gas-Hausanschlusses kommt es in der Zeit vom 18. Juli bis voraussichtlich zum 22. Juli zur Vollsperrung der Melchior-Bauergasse in Lenitzsch in Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 18. Auch hier wird um Rücksichtnahme gebeten. Ja, ebenfalls finden auch Bauarbeiten in der Tümmelstraße statt. Dort sind dann Abschnitte gesperrt. Aufgrund der Auswechslung einer Trinkwasserleitung, einschließlich der Hausanschlüsse, kommt es zur abschnittsweisen Vollsperrung der Tümmelstraße. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt betrifft den Bereich von der Hempelstraße bis zur Wielandstraße. Der zweite Bauabschnitt den Bereich von der Wielandstraße bis zur Heinrich-Heine-Straße. Die Bauarbeiten beginnen am 18. Juli und dauern voraussichtlich bis zum 7. Oktober an. Ja, auch die Tümmelstraße ist kommende Woche mal wieder voll gesperrt und zwar am Dienstag. Aufgrund einer Kranstellung, die wegen der Anlieferung von Balkon-Elementen erforderlich ist, kommt es am Dienstag, dem 19. Juli, erneut zur Vollsperrung der Tümmelstraße im Bereich vor der Großbaustelle. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Und die letzte Meldung, die wir hier vorliegen haben, ist aus Tscheschwitz und zwar ist die Mockerner Straße gesperrt. Im Zuge der Bauarbeiten zur Verlegung von Kabeln kommt es im zweiten Bauabschnitt im Zeitraum vom 19. Juli bis voraussichtlich zum 5. August zur Vollsperrung der Mockerner Straße im Ortsteil Tscheschwitz. Auch hier ist eine Umleitung ausgeschildert. Alle Links zu den Informationen findet ihr wie gehabt in den Show-Notizen unter www.abg-info.de Ja und nun wollen wir doch mal zum Altenburger Land kommen. Ja, was haben wir denn da für euch? Und zwar, wir haben die Halbjahresbilanz auf der Mutter-Kind-Station erhalten und wollen euch doch da mal drüber berichten. Jedes Mal, wenn im Klinikum Altenburger Land ein Kind das Licht der Welt erblickt hat, ertönt ein fröhliches Kinderlachen in den Lautsprechern des ganzen Hauses. Immer wieder ist es ansteckend, dieses Lachen und weckt Freude bei denen, die es hören. Bis zum 30. Juni ertönte das Babylachen insgesamt 197 Mal, denn unter dem bis dahin 194 Geburten im Klinikum waren auch dreimal Zwillinge. Insgesamt kamen bis zum 30.06.2016 99 Jungen und 98 Mädchen in Altenburg zur Welt. Statistisch betrachtet kann das Klinikum in diesem Jahr noch nicht auf so viele Geburten wie zum gleichen Zeitpunkt 2015 zurückblicken, wo bereits Anfang Juni die 200. Geburt begrüßt wurde. Insgesamt kamen im Vorjahr 470 Babys im Klinikum zur Welt. Doch das Jahr hat ja gerade erst Halbzeit und es kann noch einiges geschehen. Schauen wir mal, wir sind gespannt und heißen jedes Kind willkommen. Indes rundete sich die Zahl der Geburten am 05.07. auf 200, als um 08.26 Jasina Neugebauer aus Ponitz das Licht der Welt im Kreißsaal des Klinikums erblickte. Ja und in den letzten Jahren konnte das Klinikum immer wieder Zwillinge im Leben begrüßen. Wie gesagt, in diesem Jahr gab es bereits drei Zwillingsgeburten an der Zahl. Dies ist für Ärzte und Pflegepersonal jedes Mal ein besonderes Ereignis. Denn nicht selten bedürfen die Kleinen einer mitunter längeren Intensivpflege. Gleichwohl stellt eine Zwillingsgeburt für Mütter und Väter eine doppelte Herausforderung dar, die gemeistert sein will. Um mit den Familien noch eine Zeit lang in Kontakt zu bleiben und Begegnungen untereinander zu ermöglichen, lädt die Mutter-Kind-Station seit einigen Jahren die Familien der im Klinikum geborenen Zwillinge zu einem Zwillingstreffen ein. Am 11. Juni dieses Jahres konnten Organisatoren und Gäste ein kleines Jubiläum feiern, denn es war bereits das fünfte Treffen im Klinikum. Den Eltern gibt das Treffen die Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs mit anderen Zwillingseltern. Und so soll es auch bleiben. Schon heute freuen sich alle auf ein Wiedersehen in knapp einem Jahr. Und uns erreichte auch noch eine Nachlese vom 8. Skatstadtmarathon bei Kaffee und Kuchen. Unterstützung für die Kleinsten gegen die Gefahren der Sucht und Spende für die Tafeln der neuen Arbeit. Eigentlich wollten wir damals vor sieben Jahren nur mal ausprobieren, ob wir so einen Stadtmarathon auch organisiert bekommen. Das sollte eine einmalige Angelegenheit werden, bekannte Ulf Poling und Jürgen Ronneburger freimütig. Die beiden vom Organisationsteam des Skatstadtmarathons waren wieder gern ins Klinikum Altenburger Land gekommen, um hier gemeinsam mit den Teilnehmern der Klinikumsmannschaft einen Rückblick auf die letzten Ereignisse zu werfen. Und die Ereignisse können sich sehen lassen. Mit 112 Teilnehmern war der Klinikumsmannschaft wieder der Sieg in der Vereinswertung gelungen. Für das Klinikum starten vor allem Mitarbeiter und ehemalige Kollegen, deren Verwandten und Freunde. Aber auch viele, die ihre Teilnahme mit einem guten Zweck verbinden wollen. Denn auch in diesem Jahr spendet das Klinikum wieder 10 Euro je Teilnehmer, also 1120 Euro. Dem Gesundheitsgedanken verpflichtet wird das Geld dieses Jahr an die Horizonte GmbH überwiesen. Ja und wie in jedem Jahr spendet die Klinikumsmannschaft ihre Siegesprämie in Höhe von 500 Euro ebenfalls für einen guten Zweck. Aus fünf Vorschlägen wurde ausgewählt. Die meisten Anwesenden stimmten dafür, dem Verein neue Arbeit zu unterstützen, konkret die Altenburger Tafel. Ja und die Agentur für Arbeit hat uns folgendes zu berichten. Anträge auf Berufsausbildungsbeihilfe rechtzeitig und vollständig einreichen. Viele Jugendliche starten nach den Ferien ins Berufsleben. Doch manchmal reicht das Lehrlingsentgelt nicht, um den Lebensunterhalt fernab der Heimat zu finanzieren. Hier kann die Agentur für Arbeit Auszubildende mit Berufsausbildungsbeihilfe unterstützen. Wichtig ist dabei, der Antrag sollte unbedingt vor Beginn der Ausbildung gestellt werden, weil Berufsausbildungsbeihilfe frühestens ab diesem Zeitpunkt für die Dauer der Ausbildung gezahlt werden kann. Auszubildende erhalten Berufsausbildungsbeihilfe, wenn sie während der Ausbildung nicht bei den Eltern wohnen können, weil der Ausbildungsbetrieb vom Elternhaus zu weit entfernt ist. Sind Auszubildende über 18 Jahre alt oder verheiratet oder haben sie mindestens ein Kind, können sie auch Berufsausbildungsbeihilfe erhalten, wenn sie in erreichbarer Nähe zum Elternhaus leben. Berufsausbildungsbeihilfe wird nur auf Antrag gezahlt. Leider werden viele Anträge zu spät oder nicht vollständig eingereicht. Das verzögert dann auch die Auszahlung. Die Antragsunterlagen erhaltet ihr bei eurer zuständigen Agentur für Arbeit. Auch eine telefonische Anforderung der Unterlagen ist möglich. Hier hilft ein einfacher kostenloser Anruf für die Antragstellung unter der Servicenummer 0800 4 55 55 00 weiter. Die Abgabe der Unterlagen sollte möglichst persönlich in eurer Agentur für Arbeit erfolgen. Dann kann auch vor Ort geprüft werden, ob alles vollständig ist. Ja und wie gehabt, die Informationen zu dieser Pressemitteilung wie Telefonnummer und Adressen, könnt ihr dann über den Link in den Shownotizen unter www.abg-info.de slash show12 finden. Ja, weil es so schön war vor uns mit den Babys und den Zwillingen aus dem Klinikum Altenburger Land, kommen wir nochmal zu einer Nachricht vom Klinikum. Und zwar hat jetzt eine Patientenfürsprecherin ihre Arbeit aufgenommen. Zwischen Patienten und Krankenhaus kommt es im Krankenhausalltag immer mal wieder zu Konflikten und Missverständnissen. Dass diese möglichst zügig und zur Zufriedenheit aller Beteiligten geklärt werden, dazu kann ein Patientenfürsprecher beitragen. Er kann mit seinem Blick von außen manchmal Lösungen vorschlagen oder Wege aufzeigen, die dem unmittelbar Beteiligten gar nicht so auffallen. Ja, und das Klinikum Altenburger Land freut sich, die ehemalige Chefärztin der Kinderklinik Dr. Ursula Zippel für diese Aufgabe gewonnen zu haben. Dr. Guntula Werner, Geschäftsführerin des Klinikums, sagt, Dr. Zippel ist mit den Abläufen und den Strukturen im Klinikum vertraut und weiß, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Als Patientenfürsprecherin nimmt sie eine besondere Vertrauensstellung ein. Sie steht dem Patienten und deren Angehörigen für Fragen, Beschwerden und Anliegen zur Verfügung. Dafür hält sie im Krankenhaus Sprechstunden ab und ist telefonisch und per E-Mail erreichbar. Auf Wunsch sucht sie die Patienten auch am Krankenbett auf. Die Patientenfürsprecherin übernimmt quasi eine Mittlerrolle zwischen Patient und Krankenhaus und trägt zur Klärung von Konflikten bei. Bei der Klinikleitung setzt sie sich dafür ein, dass gegebenenfalls notwendige Veränderungen in der Organisation des Klinikablaufs veranlasst werden. Die Patientenfürsprecherin ist zur Verschwiegenheit und Vertraulichkeit verpflichtet. Wenn es zur Klärung eines Anliegens notwendig und vom Patienten gewünscht ist, entbindet der Patient die zur Verschwiegenheit verpflichteten Mitarbeiter des Krankenhauses der Patientenfürsprecherin gegenüber von der Schweigepflicht. Die Patientenfürsprecherin ist unabhängig und steht zum Klinikum nicht in einem Anstellungsverhältnis. Nur so erlangt sie das notwendige Vertrauen, Akzeptanz und Glaubwürdigkeit. Ja und das war es schon wieder aus dem Altenburg-Land für diese Woche. Wie gesagt, wir haben so ein kleines Sommerloch, aber das soll uns ja nicht stören. Ja und wie jede Woche kommen wir auch wieder zum Sport. Da hatten wir diesmal zwei Meldungen wieder für euch. Ja, sieht ganz interessant aus. Die Pistolenschützen holten Silber. Die Pistolenschützen Thüringens trafen sich in der Landeshauptstadt Erfurt, um mit Kleinkaliber und Zentralfeuerpistolen die Besten des Freistaates zu ermitteln. Drei Silbermedaillen gingen ins Altenburger Land. Der Vorjahressieger Gerd Henschen vom SV Luka überzeugte bei den Senioren mit der Zentralfeuerpistole. Der Wettkampf blieb spannend bis zum Schluss, da Henschen nach der ersten Hälfte noch auf Rang 4 zurück lag. In den Duellserien, in denen die Zielscheibe jeweils nur für drei Sekunden zu sehen ist, bewies der Senior Nervenstärke und holte deutlich auf. Am Ende musste er sich lediglich dem Elkslebender Kontrahenten Stefan Heinrich geschlagen geben. Mit 526 Ringen gewann der Luka mit nur einem Zählerabstand zum erstplatzierten Silber und wurde Vizemeister. Bei den Herren traten André Wittig und Eric Müller ebenfalls für den SV Luka an. Mit Rang 5 und 6 reichte es in der Einzelwertung nicht für einen Platz auf dem Siegertreppchen. Aufgrund der dennoch guten Ergebnisse konnte das Luka-Team um Gerd Henschen, die Elkslebender in der Mannschaftswertung knapp überholen und so ging ein zweites Mal Silber in das Altenburger Land. Müller, der in den Präzisionsdisziplinen für die SG Schmölln startete, schoss mit der Pistole seine persönliche Wettkampfbestleistung. Am Ende reichten die 275 Ringe jedoch nur für Rang 4. Mit dem Revolver musste sich der Schmöllner Schütze nur dem Titelverteidiger Mario Pfor vom SSV Niedertopfstedt geschlagen geben und holte die dritte Silbermedaille nach Ostthüringen. Ja und nun eine Mitteilung vom ZFC Meuselwitz. Der ZFC eröffnet gegen den FC Carl Zeiss Jena die Saison. Nachdem der NOFV die Ansetzungspläne für die neue Saison in dieser Woche an den ZFC Meuselwitz gesendet hat, Der ZFC Meuselwitz eröffnet gegen den FC Carl Zeiss Jena am Freitagabend, den 29. Juli um 18.30 Uhr die Regionalliga Saison 2016-2017. Das erste Auswärtsspiel eine Woche später startet in Fürstenwalde, dem neuen Verein von Josef Kröschke und zugleich Aufsteiger in die Regionalliga. Übrigens bei der Staffeltagung werden die genauen Terminierungen der ersten Spieltage vorgenommen und danach werden alle Ansetzungen des ZFC veröffentlicht. Ja und das war es wieder vom Sport diese Woche. Kurz und knapp nach unserem Intro könnt ihr dann die Polizeinachrichten hören und noch ein paar Veranstaltungstipps. Alles klar, bis gleich. So, ja und dann wollen wir doch auch mal die Polizeinachrichten dieser Woche bringen. Wie immer präsentiert von Fahrenfetzt, eure Vorschule aus dem Altenburger Land. Ja und am vorigen Wochenende erhielten wir folgende Nachrichten. Einbruch in Vereinsheim. In der Nacht vom Freitag zum Samstag brachen unbekannte Täter die Tür zum Vereinsheim in der Gartenanlage Hellwiese auf. Vermutlich fanden der oder die Täter nichts Brauchbares im Innenraum und verließen somit den Tatort ohne Beute. Die Polizei ermittelt wegen des Versuchs eines schweren Diebstahls. Und eine Motorradfahrerin wurde schwer verletzt in Dobitschen. Sonntagvormittag befuhr eine 40-Jährige mit ihrem Motorrad die Bahnhofstraße, als sie plötzlich die Kontrolle verlor und eine Mauer am Straßenrand touchierte. Die Frau kam zu Fall und zog sich eine Beinfraktur zu. Der angeforderte Notarzt brachte die 40-Jährige in ein Krankenhaus. Im Polizeibericht vom 11.07. wurde uns folgendes mitgeteilt. Am frühen Sonntagmorgen versuchten bislang unbekannte Diebe, Buntmetall in der Ortschaft Nobitz im Altenburger Land zu entwenden. Auf einer Baustelle an der B7 wurde versucht das neu verlegte Stromkabel zu stehlen. Durch die Täter wurde dabei ein Kurzschluss verursacht, in dessen Folge der Kabelschacht zu brennen anfing. Aufgrund des Kurzschlusses fiel in den umliegenden Ortschaften Ernberg, Patitz, Stunzheim und Schelschwitz der Strom für mehrere Stunden aus. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Und es war mal wieder Alkohol im Spiel. Am 10.07. gegen 11.25 Uhr wurde in der Parkstraße die Geschwindigkeit kontrolliert. Dabei wurde ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw Audi mit 86 kmh festgestellt und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von 1,16 Promille. Da der Audi-Fahrer alle weiteren freiwilligen Maßnahmen ablehnte, wurde auf richterliche Anordnung im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ja, und Buntmetall scheint wohl gerade in zu sein. Im Zeitraum vom 27.06. bis 10.07. haben unbekannte Täter aus einem Gartengrundstück eines 79-jährigen Besitzers in der Dorfstraße Schrott entwendet. Unbekannte Täter zerschnitten dem Maschendrahtzaun der Grundstücksumfriedung, brachen dem Verschlussriegel eines Schuppens auf und entwendeten Buntmetallteile aus dem Schuppen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 034474710 melden. Ja, und Fockendorf ist ja jetzt fast jede Woche dabei. Es wurde wieder ein Fahrrad gestohlen. Durch unbekannte Worte ein Fahrrad der Marke Giant, Typ Talion, Farbe Weiß, entwendet. Das Rad war am 11.07. im Zeitraum von gegen 0.30. bis 8 Uhr auf dem Zeltplatz Pana abgestellt. Gesichert war das Rad mit einem Seilschloss, welches gewaltsam geöffnet wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls wurde eingeleitet. Zeugenhinweise zur Tat und Täter sowie dem Verbleib des Fahrrads erbittet die Altenburger Polizei. Und auch ein Ladendieb wurde in Altenburg gestellt. Am 11.07. gegen 13 Uhr wurde ein 36-Jähriger in der Kauerndorfer Allee im Verbrauchermarkt Kaufland beim Ladendiebstahl gestellt. Der 36-Jährige hatte in seinem Rucksack Parfüm und eine Flasche Schnaps im Wert vom 34-94 versteckt und wollte ohne an der Kasse zu bezahlen den Markt wieder verlassen. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter des Marktes beobachtet und angehalten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der 36-Jährige seinen Weg fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ja, und am 13.07. haben wir mal wieder eine Meldung. Bunt Metall entwendet. Im Zeitraum vom 2.07. bis 12.07. wurde in der August-Bebel-Straße im Bauhof der Stadt Meuselwitz Kupferkabel entwendet. Unbekannte Täter überstiegen die Zaunumfriedung und entwendeten von dort gelagerten Kabeltrommeln der Deutschen Telekom AG eine bisher nicht bekannte Menge an Kupferkabeln. Der genaue Beuteschaden muss noch bestimmt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter 03447 4710 melden. Und es brannte auch mal wieder in Altenburg. Und zwar eine Plane vom Baugerüststand entflammen. Am 13.07. gegen 20.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandfall im Johannesgraben gerufen. Hier brannte eine gerüste Abdeckplane an der Außenseite eines Baugerüstes. Durch die Feuerwehr konnte der ca. 3x3 Meter große Brandherd gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar. Und es gibt auch wieder mal eine Alkoholfahrt. Am 13.07. wurde um 0.10 Uhr in der Kanalstraße ein Fahrradfahrer mit Gleichgewichtsstörungen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 37-jährigen Radfahrer ergab einen Wert von 1,92 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Ja, und es gab auch wieder mal Wildunfälle. Und zwar einmal in Meuselwitz mit Rehwild. Zu einem Wildunfall kam es am 13.07. gegen 11.30 Uhr auf der B180 in Richtung Zeitz. Also tagsüber ist ganz schön selten, finde ich. Ein 61-jähriger Fahrer eines Pkw Püschot befuhr die Straße aus Richtung Meuselwitz kommend in Richtung Zeitz, als kurz vor der Ortschaft Brossen ein Reh die Fahrbahn überquerte. Mit diesem kollidierte der Fahrer des Pkw Püschot. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpester wurde verständigt. Am Pkw entstand Sachschaden. Und in Löbeschau gab es einen Unfall mit einem Dachs. Zu einem Wildunfall kam es am 13.07. gegen 5.55 Uhr, Schnapszahl, auf der Reichstädter Straße. Ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw Opel befuhr die Straße von Großstechau in Richtung Wildenbürden, als kurz nach der Ortschaft Großstechau ein Dachs die Fahrbahn überquerte. Mit diesem kollidierte der Fahrer des Pkw Opel. Der Dachs verendete an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpester wurde verständigt und am Pkw entstand Sachschaden. Ja und ganz frisch heute kam rein Frontscheinwerfer und Navigationsgeräte entwendet. Im Zeitraum vom 13.07. zum 14.07. wurden im Bereich Rousseau-Straße, Wielandstraße, Münzerer Straße bei insgesamt 5 Fahrzeugen des Typs Skoda Octavia die beiden Frontscheinwerfer, Xenon-Scheinwerfer, ausgebaut und entwendet. Zudem wurde aus 3 Fahrzeugen noch das fest verbaute Navigationsgerät entwendet. Offensichtlich entriegelten die unbekannten Täter das Schließsystem, um in den Motorraum zu gelangen und die Scheinwerfer professionell auszubauen. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Die weitere Bearbeitung hat die KPS Altenburg übernommen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der KPS Altenburg unter 03447 4810 melden. Ja, weitere Polizeimeldungen könnt ihr unter www.abg-info.de in der Rubrik aktuelle Polizeinews nachlesen. Ja, und kommen wir nochmal zu den Veranstaltungstipps. Heute im Sachs, ja, die Mega 90er und 2000 Eskalationsparty im Mainfloor wird gefeiert. Und zwar legt da der DJ Dirk Duske auf und ihr könnt feiern zu den Hits von Ace of Base, ATB, Backstreet Boys, Blümchen, Corona, Culture Beat, Dr. Alban, It's My Life, Fateless, Flor Filla, Gigi de Agostino, Hadaway, Kai Tresit, La Bouche, Marusha, Magic Affair, Mr. President, Redneck Scooter und so weiter und so fort. Ja, Specials sind Neonleucht, Sticks, Drillerpfeifen, Neonklamotten, ja, und Start ist 22 Uhr. Wer ein Neonfummel auftaucht, hat bis 23.30 Uhr freien Eintritt. Mit Facebook-Zusage gibt es dann bis 23 Uhr Eintritt frei. Und morgen ist in Nöptenitz im Fahrhof die Bremer Musical Company und zwar beginnt es 19.30 Uhr. Es ist gelungen, die weltweit agierende Bremer Musical Company am Samstag, den 16. Juli, um 19.30 Uhr für ein Konzert im Fahrhof Nöptenitz zu gewinnen. Freut euch auf ein Konzert der Extraklasse mit Songs von Queen, Abba, Trude Herr und aus vielen bekannten Musicals wie Cats oder Evita. Ja, und das war's auch schon mit Veranstaltungen. Weitere Infos, wie gesagt, und Links in den Show-Notizen unter www.abg-info.de slash show12. Ja, und ich hoffe, das Wetter bleibt heute so, dass die Baustellenparty am Schloss hervorragend wird. Ich sage dann schon mal Tschüss, wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, und wir sehen uns nächste Woche. Ja, und denkt dran, die Show-Notizen unter www.abg-info.de slash show12. Dort könnt ihr alles nochmal nachlesen und dort findet ihr auch zu den genannten, ja, Pressemitteilungen oder Veranstaltungen. Okay, na, bis denn, euer Uni. It's the Summer High Line. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020